Buddhas Erleuchtung, Mythos oder Wirklichkeit? Zunächst zum Begriff Erleuchtung. Was Erleuchtung ist, darüber besteht zwischen den Religionen leider keine Einigkeit. Im Buddhismus wird das als Erleuchtung bezeichnet, was der Buddha in jener Vollmondnacht im Mai vor rund 2500 Jahren erreicht hat, nämlich vollkommene Einsicht, insbesondere in die drei Wesensmerkmale alles abhängig entstanden. Nämlich erstens Dukkha, also die Tatsache, dass die Dinge nicht letztendlich zufriedenstellend sind. Zweitens Anicca, also Vergänglichkeit. Drittens Anata, also Wesenslosigkeit. Und diese Einsicht in die drei Tatsachen erfolgt keineswegs nur auf intellektueller Ebene, sondern auf einer Weisheitsebene, die den Erleuchteten vollständig verändert, die ihn völlig durchdringt, die dazu führt, dass Sein oder ihr ganzes Denken, Reden und Handeln Ausdruck dieser Wahrheit ist. Das ist der Kern von Erleuchtung. In einer solchen nüchternen Beschreibung klingt dieses ungeheuerliche Ereignis irgendwie banal. Wir werden uns seiner Tragweite da nicht wirklich bewusst. Daher haben alle Religionen Mythen. Mythen, die ihre zentralen Botschaften überhöhen. Nehmen wir die Religion des Christentums. Da kennen vermutlich alle von uns vier große Mythen. Erstens den Schöpfungsmythos, also die Sache mit Adam und Eva. Zweitens den Mythos von der Sintflut. Drittens den Geburtsmythos Jesu, also die Weihnachtsgeschichte. Und viertens den Mythos von der Kreuzigung und Auferstehung des Heilands. Das sind schöne Mythen. Das ist große Literatur. Das gilt es neidlos anzögern. Das Problem beginnt allerdings dann, wenn uns jemand erzählen will, dieses sei ein genauer Tatsachenbericht. Das müsse man alles wörtlich nehmen. Denn die Bibel sei schließlich das authentische Wort Gottes. Der Glaube daran Christenpflicht. So verwandelt man schöne Mythen in enge Dogmata. So wird aus etwas, was die Menschen inspirieren kann, etwas, weswegen man Andersgläubige verfolgen kann. Glücklicherweise sind die großen christlichen Glaubensgemeinschaften in Deutschland von dieser Auffassung abgekommen. Es gibt jedoch evangelikale Christen, die noch immer dieser mittelalterlichen Auffassung anhängen. Und es gibt auch noch einzelne Christen, ich weiß nicht wie viele, die immer noch dieser vorkritischen Auffassung anhängen. Ein besonders erschreckendes Beispiel ist Roland Kochs frühere hessische Kultusministerin Wolf, die allen Ernstes noch im 21. Jahrhundert die Vorschrift erlassen hat, in Biologie müsste neben der Evolutionstheorie auch die Geschöpfungsgeschichte gelehrt werden, im Biologieunterricht wohlgemerkt. Nämlich dann mit keinem Widerspruch zwischen den Fächern Religion und Biologie bestünde. Zum Glück ist die Theologie, wie sie an deutschen Universitäten gelehrt wird, heutzutage eine wirkliche Wissenschaft und Weiß zwischen historischen Tatsachen und Mythen zu unterscheiden. Auch im Buddhismus gibt es Mythen. Die beiden bekanntesten sind der Mythos von den Vier Ausfahrten und der Mythos von der Erleuchtungsnacht. Auch das sind schöne Mythen. Auch das ist große Literatur. Und diese beiden Mythen haben sogar noch eine Besonderheit. Sie sind augenscheinlich vom Buddha selbst erzählt worden. Der Buddha war ein großer Kommunikator. Er kommunizierte den Dharma auf verschiedene Weise. Erstens, durch scharfsinnige Analysen. Zweitens, durch praktisches Handeln. Drittens, manchmal einfach durch Schweigen. Viertens, durch Gedichte. Er sprach tatsächlich manchmal in Versen. Und fünftens, durch Mythen und Symbole. Dass der Buddha auf so unterschiedliche Weise zu kommunizieren in der Lage war, erwähne ich jetzt nur wegen des letzten Punktes. Genauer gesagt wegen der Mythen. Oder ganz genau, um ganz genau zu sein, wegen eines einzigen Mythos. Des Mythos von der Erleuchtung. Ich möchte diesen Mythos heute erzählen. Ich möchte ihn untersuchen. Untersuchen im Lichte der Psychologie von Carl Gustav Jung. Ich will vor allem klar machen, dass wir eines nicht machen sollen, nicht machen dürfen. Mythen mit historischen Ereignissen verwechseln. Wunderbare Literatur zu Dogmen verkommen lassen. Denn genau das tun leider manche Buddhisten im Westen. Hier also der Mythos von der Erleuchtung des Buddha. Wie dieser ihn selbst darlegte. In diesem Mythos hat Gotama, denn ein Buddha war der Sittata Gotama damals noch nicht, während er in der Meditationshaltung unter dem Baum der Erleuchtung sitzt, er hatte genau vier Begegnungen. Die erste Begegnung. Die Begegnung mit Mara. Der Auftritt Maras. Das steht für das Böse. Wir können ihn etwa mit dem Satan, auch eine mythologische Figur, mit der mythologischen Figur des Satans im Christentum vergleichen. Mara gefiel natürlich nicht, dass der Herr Gotama sich anschickte, die Erleuchtung zu erreichen. Also schickte Mara seine Heerscharen. Üble Dämonen horten. Egelerregende, grässliche Gestalten ins Feld. Dies wird in der buddhistischen Kunst sehr plastisch dargestellt. Sie sind teils Mensch, teils Tier, mit grausigen Fratzen und fletschenden Zähnen. Manchmal mit Knüppeln bewaffnet. Andere schwingen Messer oder Schwerter. Sie werfen Steine, schleudern Schwere und schießen Pfeile in Richtung des meditierenden Gotama. Doch alle diese Waffen erreichen Gotama nicht. Sobald die Geschosse die Aura erreichen, die Gotama umgibt, verwandeln sie sich in duftende Blüten, die auf den meditierenden Herab regnen. Gotama aber verweilte in ruhigem Lächeln in Meditation. Daraufhin beschloss Mara, eine andere Taktik anzuwenden. Und er schickte seine wunderschönen Töchter. Ihre Namen sind Genuss, Lust und Leidenschaft. Und sie tanzen mit all ihrer Verführungskunst nackt vor Gotama, der sie jedoch völlig stoisch ignoriert. Betrachten wir uns diesen ersten Teil des Mythos, in dem er als Widersacher Mara auftritt, im Lichte der modernen Psychologie. Carl Gustav Jung spricht von Arschetypen. Und er benennt vier solche Arschetypen. Der erste Arschetyp ist der Schatten. Das ist, ich zitiere nach Wikipedia, der dunkle Doppelgänger, der die verdrängte Seite der Persönlichkeit symbolisiert. Und was finden wir in dieser dunklen Seite der Persönlichkeit? Es sind Hass und Begierde. Dementsprechend befiehl dieser Schatten, die negative Seite der Person, über die angreifenden Dämonen, das Symbol des Hasses. Und über die drei Frauen, mit dem Namen Genuss, Lust und Leidenschaft, als Symbole für Gier und Verlangen. Wir sehen also, wie im noch unerleuchteten Gotama der Schatten versucht, Macht über die Person zu bekommen, wie Abneigung und sexuelles Verlangen versuchen, Einfluss zu nehmen. Beide Verlangen und Abneigung sind auch die ersten beiden Meditationshindernisse. Und Gotama weiß, wie man mit diesen Hindernissen umzugehen hat. Er übt die Meta-Babana, die Meditation der liebenden Güte. Und dadurch wird alle Abneigung, alle Hass, alle Wut in Meta verwandelt. Daher verwandeln sich die Geschosse der Dämonen in wunderschöne Blüten. Eine ausgezeichnete, bildnerische, mythologische Darstellung des Erfolgs der Meta-Babana und die auftretenden Tendenzen nach Lust und Leidenschaft. Nun, Gotama nimmt sie weder begierig auf, noch bekämpft er sie aktiv und verbissen. Denn wie jeder psychologisch Geschulte weiß, was wir bekämpfen, das verstärken wir. Gotama ignoriert sie einfach. Und so bekommt Mara, bekommt der Schatten, keine Macht über ihn. Und wenn wir uns den Mythos von der Erleuchtung, den uns der Buddha selbst erzählt, noch weiter anhören, dann werden wir feststellen, dass da noch drei weitere Figuren auftreten. Wir werden feststellen, dass in der Tat die drei anderen Arschetypen sind, die Carl Gustav Jung benennt. Sie tauchen sogar in der gleichen Reihenfolge auf wie bei Jung. Daraus schließe ich das Entweder der Buddha vor 2500 Jahren den dann sehr viel später erschienenen Schriften Carl Gustav Jungs gelesen haben muss, was zugegebenermaßen ziemlich unwahrscheinlich ist. Oder dass Jung den Mythos von der Erleuchtung kannte und diesen zur Grundlage seiner zentralen Lehre von Arschetypen machte. Oder aber als dritte Möglichkeit, dass sowohl der Buddha als auch Jung ganz hervorragende Psychologen waren, die aufgrund analytischer Kenntnis des menschlichen Geistes zu den gleichen Ergebnissen kamen, obgleich beide aus völlig anderen Epochen und Kulturen stammen. Ja, dann schauen wir uns diese drei anderen Typen an. Es sind erstens die Anima, also die weiblichen Anteile des eigenen Selbst, dann der weise Alte und drittens das ideale Selbst oder der jugendliche Held. Kommen wir also zum zweiten Arschetyp. Es ist die Begegnung mit der Erdgöttin. In dem Mythos von der Erleuchtung gibt sich Schmara keineswegs geschlagen, als es ihm weder gelungen ist, mit den Dämonen noch mit seinen verführerischen Töchtern den Buddha auf Abwege zu bringen. Er weiß, dass neben Verlangen und Abneigen noch ein drittes Meditationshindernis existiert, Vichikitsa, dass man mit skeptischem Zweifel oder Unentschlossenheit oder die Unwilligkeit sich festzulegen oder Mutlosigkeit umschreiten kann. Und Mara, respektive der Schatten, fordert Gotham heraus, indem er sagt, Was bildest du dir eigentlich ein, dass du glaubst, du könntest hier und jetzt erleuchtet werden? Du bist ein ganz gewöhnlicher Mensch. Weißt du denn nicht, dass du dazu eine ganz besondere Basis an Ethik, an Tugendhaftigkeit über viele Leben hinweg aufbauen musst? Gotham aber antwortet ihm, In meinem bisherigen Leben habe ich alle Parameters, alle Vollkommenheiten geübt. Die Vollkommenheit des Gebens, die Vollkommenheit der Moral, die Vollkommenheit der Geduld, die Vollkommenheit der Energie, die Vollkommenheit der Meditation und die Vollkommenheit der Weisheit. Ich bin soweit, Erleuchtung zu erlangen. Doch damit gibt sich Mara, also der Schatten der innere Zweifler, nicht zufrieden. Er spielt den Anwalt, der sich mit diesen angeblichen Erinnerungen an frühere Leben nicht zufrieden geben will und verlangt, bringe einen glaubwürdigen Zeugen bei, der all das bezeugen kann. Er ist sich sicher, dass kein Augenzeuge auftreten kann, der dies für all die vergangenen Jahrhunderte bezeugen kann. Und dann geschieht etwas, was wir an vielen Buddha-Figuren sehen können, an allen Figuren, bei denen der Buddha mit der rechten Hand den Boden berührt. Die sogenannte Bumis-Barsha-Mutra, die Erdberührungsgäste. Der Buddha berührt also die Erde und aus dieser erhebt sich, genau wie Mutter Erda in Wagners Ring der Liebe Lungen, die Erdgöttin. Und kein geringerer als unsere aller Mutter, der Planet Gäa, die Erdgöttin, legt Zeugnis ab. Sie sagt, die ganze Zeit über bin ich hier gewesen. Mögen die Menschen kommen und gehen, die Erde bleibt immer bestehen. Ich habe alle seine früheren Leben gesehen. Hunderttausende seiner Leben habe ich gesehen. Und in allen hat er die Vollkommenheiten geübt. Dieser hier ist würdig, ein Buddha zu sein. Zicke Jungs, Arschetyp der Anima, verkörpert die weiblichen Aspekte des Mannes. Wäre der Buddha eine Frau, dann wären natürlich seine männlichen Aspekte durch einen Animus verkörpert worden. Und welche andere Frau wäre wohl in die Lage, die weiblichen, die mütterlichen Aspekte eines Vollkommenen zu verkörpern, wenn nicht unser aller Mutter, unser Planet, Gäa, die Trägerin der Evolution. Ja, damit kommen wir zum dritten Arschetypischen Gestalt des Dritten Arschetypischen Gestalt des Mythos, nämlich dem Weißen Alten. Überlegen wir uns, welcher wäre wohl würdig, diese Aspekte des Buddha zu verkörpern? Hm. Nun ja. Nachdem also alle Hindernisse, Verlangen und Abweigung, Neigung und skeptische Zweifel überwunden waren, wurde Gotama zum Buddha, zum Erwachten, zum Erleuchten. Er stellt fest, dass das, was er erfahren hatte, doch sehr schwierig, sehr komplex, ungemein tiefgründig war. Und, so der Mythos, frug er sich, diese Wahrheit, diese höchste Realität, die ich entdeckt habe, ist so abstrakt, so schwierig zu erkennen, zu erhaben, dass gewöhnliche Menschen, deren Augen vom Staub der Unwissenheit und der Leidenschaft bedeckt sind, sie nicht sehen und wertschätzen können. Deswegen ist es besser zu schweigen und nicht in die Welt hinaus zu gehen, um sie zu predigen. Und nun erscheint der Arschetyp des Weißen Alten in Gestalt von keinem Geringeren als Brahma Sahampati, der im Glauben der Hindus den Schöpfer verkörpert. Und der erhabene Gott Brahma trat ehrfürchtig und mit gefeilten Händen vor den Buddha und sprach, bitte predige, verkünde die Wahrheit. Es gibt Wesen, deren Augen mit nur wenig Staub bedeckt sind. Sie werden sie wertschätzen und ihr folgen. Mit seinem Weisheitsauge blickte der Buddha nunmehr weit in das Universum. Er sah alle Wesen als Lotusblumen in verschiedenen Entwicklungsstadium in einem Teich. Manche, die Lotussamen, waren noch ganz unten im Schlamm. Dann gab es Lotusknospen, die ins klare Wasser emporragten und solche, die sich vom Licht der Sonne angezogen über die Wasserfläche erhoben. Und er sagte, um derer Willen, deren Augen mit nur wenig Staub bedeckt sind, die wie halberblühte Lotusblümen sind, werde ich den Damen abredigen, auf das er ihnen der Sonne gleich zum Aufblühen verhilft. Und damit kommen wir viertens zum letzten Arschetyp. Das ist die Sache mit der Schlange. Der Buddha saß noch sieben Wochen, eine heilige Zahl, wie es sich für einen Mythos gehört, unter dem Baum der Erleuchtung, also von Mitte Mai bis Mitte Juli, dem Beginn der Regenzeit. Und dann kommt aus dem Unterholz eine Riesenschlange, der Schlangenkönig Mutschalinda. Er bindet sich siebenmal, wieder die heilige Zahl sieben, um den Buddha und schirmt ihn mit seinen sieben, wohlbemerkt sieben, Köpfen vor dem Regen ab. Auch eine häufig bildnerisch dargestellte Episode. Schließlich legt sich der Regen, die Schlange zieht sich etwas vom Buddha zurück und äutet sich. Hervor tritt ein wunderschöner sechzehnjähriger Jüngling, Mutschalinda, der vierte von Jungs Arschetypen, das ideale Selbst oder der jugendliche Held. Und natürlich haben wir im Regen den alten Taufritus. Wir haben der Schlange, die sich heutet und sich somit transformiert, als ein Symbol für den neuen Menschen, den vollkommenen, ein Symbol für die Transformation des unvollkommenen Menschen in einen Buddha. Eine Schlange taucht auch in einem anderen Mythos auf, der Geschichte von Adam und Eva. Sie symbolisiert Sünde und auch im Buddhismus symbolisiert die Schlange Hass. Doch diese Schlange hat Mitter geübt, sie den Buddha beschützt. Daher ist es nicht wie im Christentum, dass ihr ewige Verdammnis droht, sondern sie kann sich aufgrund ihrer Taten transformieren. Sie wird somit das Symbol des Idealen selbst, des Helden. Mutschalinda steht für die Transformation zur Buddhaschaft. Und die Schlange verkörpert auch das, was im tantrischen Buddhismus die feurige genannt wird. Und bei den Hindus Kundalini oder Schlangenenergie. Beides verkörpert die sieben Schakren oder Kraftzentren, die sieben psychischen Zentren, aus denen die Kundalini-Energie aufsteigt. Und die Verkörperung dieser unbewussten Energien, Mutschalinda, verneigt sich vor dem Buddha. Was bedeutet, alle Kräfte des Unbewussten ordnen sich dem erleuchteten Geist unter. Vollkommene Integration, vollkommene Harmonie. Der vollkommene Körper Mutschalindas symbolisiere die vollkommene geistige Einheit. Diese Arschetypen haben ihren Zweck erfüllt. Sie waren auf der Ebene des Menschen unsere ständige Begleiter. Diese aber, Gautama von Shakya, war jetzt kein Mensch mehr, sondern er hatte die nächste Evolutionsstufe erklommen. Er war zum Buddha geworden. Dieser Mythos ist die vollkommene mythologisch-psychologische Umschreibung eines sehr, sehr hohen spirituellen Prozesses. Und vermutlich konnte auch nur ein Erleuchteter in der Lage sein, diese dichterische Meisterleistung zu vollbringen.